Okay, willkommen zur zweiten Folge von Trine. Und ja, jetzt mal bei mir, aus meiner Sicht. Geht weiter. Und immer noch mit mir. Yay! Und mit dir. Ja, ja, natürlich. Hat sich nicht geändert, glaube ich. Nicht? Oh. Bin mir nicht sicher, aber... Bin ein neuer Mensch. Ich hab mich verändert. Das wär ja toll. Oh. So sehr mögen mich meine Leute. Sie lieben dich geradezu. Ja, du kannst dich ja... Ja, du kannst schon mal vorlaufen. Ich komm nach. Ich hoffe, das Spiel ist bei mir nicht zu leise. Fällt mir grad sein. Aber das war falsch. Das wär schon klappen. Ui! Das war falsch. Das war immer noch falsch. Wie funktioniert? Du lebst noch, hey? So, und hier wieder nicht wieder rum, aber Alter. Also, aber erst mal, du wolltest klären, wie man da unten rankommt, ne? Ja! Kannst du das... Warte mal, bevor du das da runterschiebst, kannst du das vielleicht... Oh nein! Ich mein, ich kann's hier auch wieder hochheben mit meinem Mage, aber... Ja, ich wollt grad sagen, kannst du das Ding vielleicht mit deinem Mage hochheben? Ne. Ich kann's nicht anfassen. Oh. Das geht schon. Oh, ja? Ja. Hm. Bisschen zu groß. Ups. Kannst du hier einen anderen... Wie lösche ich das denn wieder? Einen anderen Würfel woanders hin machen. Kannst du auf jeden Fall... Das geht. Geh weg. Dann haut er ab, ja. Aber, oh. Äh, wieso kann ich den jetzt nicht anheben, den Würfel? Meinen sie nicht. Oh, der geht nicht. Zu levitaten, lol. Also, ich hab halt Angst, wenn man sich da drauf stellt, geht's vielleicht, aber... Auch nicht. Deswegen. Ich hab halt kein... Vielleicht müssen wir noch irgendwas... Kann man den da hin? Vielleicht kommt man da von einer anderen Richtung oder so ran. Ja, vielleicht, vielleicht, ich weiß es nicht. So, Vorsicht, wenn du hier hochkommst. Oh. Ja. Help! Ich bin komplett tot. Ich auch. Ich muss continue from last time. Oh, nein. Oh, nein. Erster Skelett, die letzte Runde. Jetzt schießt er mich so ab, ey. Ja, warum stehst du da auch rum? Ich meine... Weil du hast netterweise auf mich gewartet. Hey. Ich weiß auch nicht. Alles gut. Alles gut, das passiert mal. Oh Gott, war das gut? Scheiße. Wie geil. Ich hab ein Problem. Oh. Hast du den da hingemacht? Ja. Ja, stimmt. Letztens. Oh, meine Witter ist halt auch... Oh, was? Ich bin tot. Okay. Ich hoffe, du kannst mich zunächst wiederbeleben. Soll ich mal weitergehen? Oder soll ich wieder zurück? Ja, lauf mal weiter. Okay. Ansonsten sind wir halt sowieso wieder beide beim Checkpoint. Ah, guck mal. Genau das hab ich auch gemacht. Ich hatte ja irgendwie schon erwartet, dass das runterfällt. Aber kommt man jetzt nicht mehr an diese Experience-Bottle da ran, oder? Ah, fuck. Entschuldigung. Nee, das war es so nicht. Ich bin hier auf den Schalter getreten. Deswegen hat sich das Demon's da geöffnet. Nee, ich versuche hier gerade hoch zu jumpen und... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, gehst du da... Willst du da bleiben, oder? Okay. Versuche ich halt. Ja, das geht halt auch. Okay, also man kann wieder zurück, okay. Müssen wir, glaube ich, sogar. Ja? Ja. Als ich mich auf den Schalter hier hinten gestellt hab... Ah, ach so, du hast... Hier ganz rechts ist das Tor aufsteig gegangen, wo wir kurz... Oder ich mich, wir uns gewundert haben, wie die... Oh. Wahaha! Oh, Jump'n'Run, Hilfe. So, und der liegt da natürlich super geil. Okay, ich gehe das Wagnis ein. Okay. Und? Was passiert? Ich hab Scheiße gebaut. Was genau meinst du? Hier unten sind Skelette. Ich bin runtergefallen. Ich hab das Ding nicht bekommen. Oh, fuck. Ich glaub, ich komm ja auch nicht wieder hoch, oder? Ja, doch. Warte, so komm ich hoch. Ich hab da erstmal einen Würfel hingestellt, damit... Nicht... Hahaha. Warte, ich komm zumindest mal runter, damit ich... Ah, so sieht's hier aus. Alles klar, sehr, sehr schön. Okay, da waren grad zwei Skeletze. So, mach mal den Würfel weg. Äh, ja, Moment. Oh, lol. Raid, Raid, falscher Charakter. Moment, kommt, kommt. Hast du mich von da unten im Blick? Ja, hab ich. Okay. Oh, jetzt nicht mehr. Hahaha. Warte, wenn ich weiter nach links laufe, schon. Okay. Äh, jetzt... Jetzt hab ich sie schon eingesammelt. Nice, perfekt. Ja, alles gut. Da liegt noch ein Leben, theoretisch. Äh, ich bin runter. Oh, warte, wird das sowieso... Oh, wie komm ich da hin? Ich... Theoretisch damit. Ah, ja, warte. Wo liegt das Leben? Hier drunter, oder? Ja, da, wo der Würfel gerade ist. Ja. Wir haben Leben. Wir haben Leben. Nice. Okay, meinen Würfel hab ich... Mach ich nochmal größer. Nein, stopp, 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 stopp. Okay. Hahaha. 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 Das wärs gewesen, ey. Hätte ich dich nochmal gekillt. Schön, ne? Ja. Geil. Oh, schaff ich das? Ha. Ja. Nice. Komm ich hier so hoch. Ja, war close, aber es hat geklappt. Ähm... Uhu. Jetzt? Mach ich das am besten auch so, oder? Komm ich hier? Oh. Nö. Oh. Viel Spaß. Hahaha. Geh weg. Geh runter mit mir. Der kommt zu dir. Hahaha. Der haut wieder ab. Der hat keinen Bock mehr. Schön. Dann warte mal, irgendwie kann man da noch hin. Warte kurz, ich versuch das grad mal. Ach so, kann man das Rad irgendwie anhalten und man kann dann da hin, oder? Nee. Oder musst du mit dem Rad runter, oder? Kann man da von der anderen Seite hin? Weiß ich nicht. Kann man mit dem Rad runter? Also ich kann's hier blockieren. Was sollst du von der anderen Seite... Mach mal einen deiner kleinen Dinger hier. Mach mal einen deiner kleinen Teile hier irgendwo rein. Oh. 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 Controller-Steuerung 1. Reicht das, oder war das zu groß? Der war zu groß. Der kleine muss da rein. Oh. Kann ich noch einen kleineren machen? Bisschen kleiner. Der muss da aber passen. Nicht? Warte mal. Ah, vielleicht hab ich den nicht richtig positioniert. Ja. Hm. Nee, scheint nicht zu funktionieren. Wenn auf der anderen Seite ist auch noch ein Rad, vielleicht kommt man von da aus dann hin. Nee, aber wenn du guckst, man da unten hinguckst... Ach doch, da unten ist noch eine Tunnelverbindung. Aber da oben ist noch... Wow! Was war das denn gerade? Hä? Hä? Keine Ahnung. Äh... Ah! Wow! 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 Ich sollte auch mal überall gegen zu schlagen, wo ich gegen schlage. Ach so, wollen wir das Gewicht einfach auf deine Richtung schieben? Ja, warte da unten kann ich gerade kurz, da oben komme ich noch an 2x fühlen. Ah, deswegen. Kannst du auch schon einen Würfel oder? Nee, nee, ich kann nur mit der Bogenschütze daran. Ah, okay, aber ich seh's gerade. Also du kannst. Voll gut. Nice. Okay, cool. Ich dachte mal, ich schlag mal da oben gegen, was ist das denn? Und dann fällt das Ding auf einmal oben drunter. Nee, andere Seite, oder? Ich glaub ja. Damit hier unten durch können. Äh... Ist der Würfel da auf jeden Fall weg. So. Ja, genau. Äh, close rum. Geht aber auch. So, und jetzt? Aber von der Idee aus kommen wir dann... Ah, doch, kommen wir. Ist die Frage, ob ich wieder zurückkomme? Auf der anderen Seite. Ah, ja. Geht dir die Schatzruhe. Woho. Äh, wie öffnet man die? B. Bound in E. Neckless of Life. Wollen wir das irgendwo nachgucken? Ah. Ah. Mit Select kann man irgendwas machen. Ui, 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 ui. Äh, Inventory? Ah, Neckless of Life. Increases Maximum Health by 5%. Deck with other health. Chant, man. Ah. Wo, wo, wo kannst du das gucken? Ah, Invent, ah. Ja, ich mach das definitiv auf Sie auch. Ich auf ihn, weil ich ihn momentan am meisten benutze. Ja, ich benutze sie am meisten. Zum Kämpfen wechsle ich zwar auch immer, aber... Aber im meisten Schaden kriegen wir ja durch unser dämliches Runterfallen. Hallo, wir sind doch nicht dämlich. Hol? Was? Geh weg. Aus dem Weg. Oh, lol. Ähm. Wo wir gerade von Kämpfen reden. Hm? Ah, ahaha. Okay. Äh. Aha, das machst du da. Okay. Schon bewundert. Ist da unten noch was? Ne, aber hier oben geht noch weiter hoch. Mhm. Ah, schon wieder der Charakter hier. Pick the Large Monarch Potion. Also hier oben kommst du halt noch mal zu so einer... Oh, oh. Oh, okay. Ich bin da gefallen. Zu so einer Experience Potion hin. Alles klar. Hast du die eingesammelt schon? Oder kommst du ran? Ne, noch nicht. Ich komm ran, ja. Jo, dann mach ruhig. Oh, hier oben. Ja, Käme, Mann. Oh, ein Wasserfall. Das sieht voll cool aus. Ich warte hier. Bevor ich hier wieder ein bisschen... ...andere Menschen abschieße. Alles gut. Bei dir. Bin ready. Diesmal hab ich mein Schild oben. Oh nein! Äh, das kommt von hinter dir. Ah, fuck. Ich hab gar nicht... Oh, was? Wie blöd bin ich denn bitte? Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Wir können das jetzt auf die harte oder auf die sanfte Tourregeln, Leute. Vor allem, wie du noch so ein schönes 4-App zeichnest. So ein Kreis und das passt schon. Was? Das hat mir Schaden gemacht. Aber da bin ich wieder, ne? Ja. Oh Gott, sei Dank. Ein armer Maria, ey. Oh, was auch? Ob da unten noch irgendwas ist? Ich hab nichts gesehen vorhin. Okay. Wolltest du deinen Würfel auf die eine Seite gesetzt, ne? Ja. Könnte ich ja theoretisch auf die andere auch einsetzen, aber... Nee. Ähm... Ah. Häng hier nur so rum. Ah, kommt man da so hin? Ja, komm. Ja, ich häng hier nur so rum. Wunderschön tust du das. Juhu. Ah, oh lol. Nein. Ah, haha. Oh, hier gibt's nur XP, wir müssen links weiter. Level up, was? Und Skillmenu? Äh, jetzt sagt er das sogar. Äh. Ah, dark upgrade. Ah, dark upgrade. The bow will shoot two arrows at once. Alter. Oh, zwei Boxen? Zwei Pfeiler? Ja, ich nehm, ich nehm zwei Pfeile. Das sind halt 5% chance to critically hit enemy. Ah. Ja, dann nehm ich die zwei Boxen. Lol. Voll cool. Wir haben zwei Skillpunkte bekommen. Aber das nächste Level up kostet... Wartet, das nächste Level up kostet dafür drei Punkte. Ich weiß nicht, ob man drei Punkte mit dem nächsten Level bekommt. Das weiß ich auch nie. Ja, wahrscheinlich, genau. Wenn man beim nächsten wieder zwei bekommt, dann könnte man schon weitermachen, vermutlich. Was heißt, ich kann jetzt einfach, bam. Calculated. Completely calculated. Calculated. Klar. Äh, klappt doch bestimmt, oder? Natürlich. Ähm. Ja. 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 Aha. Ja. Bei mir liegt gut. Ja, ich hab ein bisschen Scheidung genommen. Okay. Dreh das Rad. Dreh das Rad. Dreh das Rad. Dreh das... Ah. Ich drehe es. Jetzt nicht mehr. Warte. Jetzt. Achso. Warte. Bist oben? Ja. Oh. Oh. Ohohoho. Achso. So ist das. Ja. Passt. Muss ich auf die andere Seite noch, oder? Ne, da ist nur Experience gewesen. Okay. Aber hier kann ich so eine Küste runterschmeißen. Oh. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Achso. Schön. Aha. Oh, da oben ist noch eine Mana-Potion. Oh. 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 Da oben? Kannst du, glaube ich, mit dem Krieger zerstören, die... Kann aber auch. Oh. Kann ich das machen? Okay. Jetzt ist es natürlich blöd. Aber du meintest, die Planken zerstören mit dem Krieger? Ich glaube, ja. Ich bin mir nicht sicher. Naja. Oder so. So geht's auch. Na, guck mal, da oben ist noch irgendwas. Ja. Was da, ne? Ups. Damit hätte ich auch darüber können jetzt. Ah. Essie. Ich komme hier nicht hoch, ne? Ne. Zumindest nicht damit. Ich könnte noch eine eigene Box bauen und damit eine Treppe. Aber wir müssen nicht hoch, ne? Ne. Ich glaube, ich glaube, ich habe es nicht. Dann gucken wir uns bei oben noch irgendwas. Ja, denke ich auch mal. Ab nach unten. Genau. Oh. Das ist, äh... Pies. Jetzt könnte es nur schlimm kaputt schießen, auch, oder? Pies. Pies. Oh. Was? Pies. 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 Toll. Könnte es kaputt schießen. Oh, Pennsylvania. Da unten ist sogar was. Echt? Experience Point und eine weitereêm Chests. Gönnung. B, 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 bist da. Ring of the Spellcaster. Ja, wer wird den wohl bekommen? Achso, bekommt das immer nur einer von uns? den den bekommen wir beide aber ich habe so meinst du welcher charakter von dir ja alles klar ich glaube nicht dass ein anderer charakter von mir dass du wirklich braucht ach komm mal hier oben kannst du noch rüberfahren damit echt weiß ich nicht ja kann man das hätte die frage beantwortet aber breit brauchen wir das weiß ich nicht ich glaube ich damit hätte man zum beispiel hier so rüber kommen können das war sehr intelligent ist das wollte ich ich bin ein bisschen in den abgrund gefallen ach hier sind wir ja schon wieder stimmt hier genau hier war direkt ach so du guckst gerade noch ob oben was war oder wenn ja ich versuche jetzt doch mal rüber zu kommen dauert er kurz ok ja ich bleib hier alles gut ja ich bin hier runter ich bin hier ich bin hier ich bin hier ich bin hier Wenn die alle so drauf sind wie dieser Wizard, dann nicht. Ich? Bestimmt. Oh, der ist in den Abgrund gejumpt. Yes. Ich glaube, er ist tot. Vermutlich. Nice. Hat geklappt. Team... Calculated. Teamwork. Oh. Ah. Äh. Oh. Vorsicht, da unten kommt Skelette. Okay. Ja, ich sehe schon. Oh, lol, die Skletter können meine Würfel kaputt haben? Okay. Wir wollen Experience unten noch? Und sonst, aha. Okay. Ha. Äh. Ja, doch, der steckt dann einfach da. Okay, dann gehe ich auch mal hinten rum. Hier hört sich irgendwas komisch an. Die sind so komische Geräusche. Ah, ich habe irgendwas getroffen. Ah, haha. Die ist seit einer halben Minute irgendwo in die Gegend herum und dann treffe ich irgendwas. Das macht mir Angst. Da kann man... Wahrscheinlich wieder so ein Schalter. Vielleicht geht's da weiter. Vielleicht, ja. Ah, guck mal. Worte. Jetzt. Wer baut denn sowas? Will da nicht hoch. Nein! Oh! 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 Oh, ich kann mich auf den Schalter stellen, der das wahrscheinlich öffnet. Nein! Soll ich dies tun? Ach nein, du möchtest das Dingens haben, hm? Da komm ich dann mich auf. da kann ich kann ich gehen uns machen sonst das war der kurz alter als ob whisky whisky so ein bisschen whisky aber okay nein schade habe ich dich gerade gekillt nein sehr schön das beruhigt mich schon mal ein bisschen doch alleine geht es wieder hoch ach so was denn hier ist ein bogenschütze der mich fast ich wusste das gar nicht dass du schwerer also leichter bist als der block hast du mir gerade schaden gemacht aber dass der bogenschütze das war der bogenschütze der da mir vorbeigeschopfen ja nice hier war ein jahr und die man sich vorsicht hier oben ist eine spinne wir können bestimmt gleich weiter oder die schießt irgendeine säure ach die sind das die ganze zeit ne guck mal hier warte die schießt vielleicht wieder auf mich vielleicht siehst du das da unten ich schieß mal gerade nicht weil ich hier unten ganz unten ok warte ach scheiße hat mich getroffen das ist dieses grüne zeug quasi ja da da kommt dass ich mich schon ein paar mal erwischt das ding ich habe sie töten oder kannst du dann willst du sie einmal den zuschauern zeigen weiß ich wenn ich da hochkommen gerne da oben ist halt noch eine truhe ne ganz nicht da relativ leicht hoch schwingen ja oder da ja auch auf mich zu schießen ich werde sie jetzt den charakter und schwingen mich da hoch das dauert ja ewig oder aber nur ganz hoch alter jetzt würde ich dich leider ja jetzt habe ich auch mehr ich kann ich ja noch gar nicht runtergefallen oder sowas nie ich glaube ich bin runtergefallen ich habe mich festgepackt doll und jetzt da bist du aber nur ein paar wilde ja ich habe sie oh da zermatscht sie so b mal gucken was hier drin ist amulett of mana gain dein ernst ja kannst du auch ihm geben das brauche ich meine meinen achtung das meintest du mit achtung übrigens wenn du hier hinten wieder reinläufst dann kriegst du halbes also auf halbes leben zurück ok ok ja ich bin erstmal weggehauen ich will mein heiles leben zurück das ist schon wieder glaube ich eine spinne irgendwo oder eine komische skelett jetzt kann man auch finden interessant mensch auf der titel irgendwas ist hier oben noch aber kurz kann man damit was machen das was siehst du das auch hier oben drauf das was jetzt hier runter fällt hier bei mir direkt echt siehst du nicht also bei mir ist hier halt genau an dieser stelle hier da wo du jetzt stehst da jetzt ist es weg aber da war halt irgendwas drauf was da vorher oben drauf knack doll hm 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 reicht nicht das geht hm jetzt kann ich mich nicht bewegen bewegt sich das wenn du es triffst? da komme ich diesmal auch nicht ran da komme ich diesmal auch nicht ran ah ja aber das funktioniert nicht was ist denn gravity shield? wie hast du das aktiviert? ähm normal schild halten halt mit dem rechten stick und mit dem ah 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 objekte kann man damit kannst du hier nochmal immer kurz weg genau das habe ich versucht aber das klappte nicht hast du hier nochmal eine kiste über mir? über meiner? ja genau das wollte ich jetzt nicht suchen dann so aha unlucky warte 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 lass dich doch so stehen da eben wie sie eben war dass sie so einen kleinen vorsprung noch bildet auf deiner an der anderen Seite ja warte ich wollte ganz sagen so kannst du doch auch drauf ja aber ich muss ja dichter noch an also wait ich muss ja dichter an das ganze an aha ja nicht zu weit damit es nicht runter fällt so sollte klappen los wohnen musst du mal versuchen sonst erstmal hoch wohnen Charakter wechseln passt nicht schade hm oh ob man da vielleicht fand ja ne oder jetzt bin ich hier oben warte mal ja bringt das irgendwas? ja ja jetzt ist das eine kiste wo drauf man stehen könnte ja wago pass auf reif ich bin gerade los ich bin gerade los hier ich bin gerade nicht so intelligent ja so so ah 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 what the oh das war auch cool ha 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 oh nice oh pass auf halbes leben halbes leben los weg hier okay ab zum nächsten checkpoints erstmal experience points da oben sind noch welche ja warte ich mach meinen mal hier weg dann kannst du deinen da oben hin machen so und jetzt kannst du deinen mich hier drauf stellen und dann dich da oben drauf stellen dann kannst du da rüber kommen mhm so er muss das erstmal den hier wegschieben kannst du ja machen und ich halt die klappe oben einfach wo du dich drauf stellen kannst da so genau unten ist auch noch experience mhm oh da kommt ein skelett ah geh weg geh weg keiner mag dich hier unten sind einmal stacheln aufpassen jetzt mal okay doll da kommt auf einmal das feuer ja geschossen da schießt der auf einmal feuer da schießt er auf einmal feuer oh Oh, ähm, äh, ja. Okay. Das ist Whisky. Wir sind zwar gerade nicht safe, aber ich würde sagen, wir beenden einmal die Folge. Nee, 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 wir noch bis zum nächsten Safe-Point würde ich... Okay. Äh, wo war der letzte? Nee, 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 versuch's einfach selber. Dann sind wir ja sonst beim nächsten. Oder beim letzten. Äh, mein ich ja. Ich geh mal, der nächste kommt auch relativ gleich da vorne. Okay. Macht mir das da unten Schaden, wenn ich da... Nee, wenn du da unten direkt unten... Nicht, aber... Und ich will noch das Experience da am besten haben. Versuch's. Whisky. Whisky at all. Ja, fuck. Ah, wait. Oh. Ah, lol. Kann ich da überhaupt hin? Ja. Doch, das müsste klappen. Ah. Seil dich doch einfach von unten sonst hoch. Du kannst dich ja mehrmals schwingen. Zum ersten jetzt schießen. Äh, so, nein. Nein. So, genau. Ja, und jetzt runter. Genau, und jetzt zum nächsten rüber. Also loslassen und zum nächsten schießen. Ah. Hä? Immer dieselbe Taste. Äh, ich weiß nicht welche. Gut. Dann versuchen wir es einfach in der nächsten Folge hier nochmal. Genau. Dann machen wir hier einfach nächste Folge weiter. Dann, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Vielen Dank.